So, hi Leute, und herzlich willkommen wieder mal zu Let's Play Force. Der ist euer Neonatore und wir spielen Green 2. Und zusammen mit dem Nick und dem Panos und dem Special Gast mit dabei, die Conny. Sag doch mal Hallo Conny. Das ist Gruppenzwang. Oh, sie liegt. Oh, ho, 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 ja, okay, ähm, ich werde da beim Namen einfach mal einen Diebton reinschneiden, weil sie nennt sich Lucian, okay? Ja, das wissen wir nicht, und Conny ist jetzt auch die Einzige, die so heißt, möchte ich mal anmerken, ne? Das stimmt eigentlich, ne? Es gibt da keine anderen weiblichen Personen, die so heißen. Das ist Sarkasmus. Sag erstmal Hallo. Nö, okay, sie redet nicht. Nö, okay, sie redet nicht. Lief ein- und ausatmen. Und habt ihr gefühlt gehabt. Hauptsache der Shisha daneben stehen hat, ne? Kann man durchziehen, ne? Ja, bei der Shisha kann man sowieso 5 Stunden lang dran ziehen, ey. Also, an mit dem. Ja, bitte. Okay, dem Rest ist egal, aber wenn, wenn wir alle zusammen fahren, dann darfst du es gerne machen. Ja, das ist hier, ey. Ja, das ist hier, ey. Ja, das ist geil. Ja, das ist mein Auto raus, das ist mein Auto mit Glück gleich. Ja, ein paar noch fahren das auch. Ja, ein paar noch fahren das auch. Ja, das ist mein Auto. Das ist mein Auto. Ja, das ist mein Auto. Hallo Leute, hallo Panos, hallo Sneakers, hallo Neo Hallo Leute Ist Jut, ist Jut, Conny Die heißt nicht, oder? Ja klar Tschüss Was du noch was die Conny heißt? Gut man, gut man Ich wollte, weil auf Facebook da steht ja, warte, warte Und weiß nicht den Namen von meiner Frau, oder was? Warte, warte, bei Facebook steht ja Cornelia, glaube ich Ich wusste, ich wusste Cornelia, du bist jetzt nicht so, wie das zu sagen Oh man, ich will jetzt für dich reden hier Nein, das darfst du nicht, das wird keiner reden hier, geh weg Doch, natürlich will ich jeder reden hören, ich meine, ich komm rein und schon geht's ja ab Oh mein Gott, dieses Let's Play wird ausheißen, das weiß ich Verzockt ja denn Nichts was ich angehen würde Grid 2, ich bin unterwegs Oh ok, sehr geil Ich bin immer lieb, das wissen die anderen Leihwagenstrafe gleich mal bekommen hier, ne Finde ich immer wieder geil Man kann ja nichts dafür Na, gibt Blödsinn, ich bin gerade locker gefahren Ich bin hier, ich hör zu, was ist? Nix ist Ja, hast du Bock nur nach der Flaring der Runde, B3? Ähm Alter, wir plänen's plänen gerade Ja, egal, wir spälen uns spälen uns spälen uns spälen uns spälen Ey, wenn wir Grid zocken, dann spälen wir BF3, GTA 5 und sonstiges Wenn wir was anderes zocken, spälen wir Grid Immer, ne Und Gran Turismo Ja, wir spälen immer was anderes Ja Was meint ihr davon, dass ich mal Delta einlade? Ganz schlechte Idee, ganz schlechte Idee Ja, Snickers Das Niveau wird so derbe gesenkt hier dann, das kannst du dem Zuschauer nicht antun Ich habe dich schon besiegt, Junge Na, einmal fahrt man 5000 Mal oder so Zwei, drei Mal Ja, aber Delta bringt's auf'n DIV-Punkt DIV-Punkt, auch in Deutsch Hä, was meint Hä? Was ist mir an meiner Playstation passiert? Junge Kaputt Kaputt Nee Kaputt bin ich, aber mein Bild ist nicht mehr auf Taul 1080p Ja, hab ich mich am Arsch Was ist das? Ja, ich hab irgendwie so Bildschwankungen, ich weiß auch nicht warum Wie 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 wie, so n bissin auf.. Pfff, pfff, oh ja Ja, ich drück ganze Zeit er zweiner Woh, juppa, oia, woppa, oia Mann, oh Mann, da steht ganze Zeit nur Rennen beendet, verdammt, was ist hier los? Untertitelung des ZDF für funk, 2017